Danke heißt auf Russisch Спасиба. Das weißt du wahrscheinlich schon. Aber wie sagst du auf Russisch Vielen Dank, Dankeschön oder Danke sehr? Viele übersetzen direkt aus dem Deutschen und sagen Много Спасиба oder Очень Спасиба. Auf Russisch sagt man so nicht. Auf Russisch ist ein Dank nicht schön. Und es kann auch nicht viel davon geben. Ein Dank im Russischen ist groß. Den deutschen Ausdrücken Vielen Dank, Dankeschön oder Danke sehr entspricht im Russischen Большое Спасиба. Wörtlich großer Dank oder noch genauer großes Danke. Achte auch darauf, das Wort Большое mit ОЕ am Ende zu schreiben und auszusprechen. Ein häufiger Fehler ist auch aus Большое Большой zu machen. Richtig ist Большое Большое Спасиба. Viele Ausdrücke mit dem Wort Спасиба und auch anderen Möglichkeiten, sich auf Russisch zu bedanken, gibt es in unserem Video Danke auf Russisch. Den Link gibt es hier oben und unten in der Videobeschreibung. Also, большое спасибо за внимание и пока! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.